So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ram, es ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ganz zu Anfang ganz kurz mal Rückblick auf die Umfrage, die wir letztens gemacht haben. Normalerweise gab es ja immer die Raidmania jeden Mittwoch, also die Raidstunde. Wir haben die Raidmania gemacht, ihr konntet mich einladen. Und der, der am Ende des Monats die meisten Raidmania-Punkte durch erfolgreiche Einladungen geschaffen hat, durfte das Kanalmaskottchen bestimmen für den nächsten Monat. Und, so, da es ja die Raidmania nicht mehr gibt, da ich einen Free-to-Play-Account jetzt bespiele, den Habanero, der Main-Account ist ja nicht mehr da, der 50er, der Habanero ist jetzt der Account, der bespielt wird, mit dem ihr euch angefreundet habt, den ihr die ganze Zeit einladet zu Raids, aber ich nicht mitmachen kann. Warum, das kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Aber, weil es eben keine Raidmania mehr gibt, hatte ich ja diese Umfrage gemacht. Und, ihr habt eindeutig gesagt, ihr wollt kein Schlingking, ihr wollt kein Mega-Gänger, ihr wollt Darkrai als das Kanalmaskottchen. Deswegen können wir das wegmachen und zaubern. Zack, da ist das Darkrai. Darkrai hat gewonnen, ist das Kanalmaskottchen für den Oktober, was sehr gut passt. Und ich werde das wahrscheinlich jetzt immer so machen, wenn die News da sind für den nächsten Monat, und man sieht, welche Pokémon ungefähr so in den Raids sind oder in den Rampenlichtstunden oder so, dass man da 3, 4, 5 zur Auswahl stellt. Diesmal waren es 3 und dass das passend für den Monat dann eben gewählt werden kann. Jetzt Halloween-Monat, alles, Darkrai passt auf jeden Fall dazu. Dann habe ich eben schon wieder eine Einladung gekriegt zu einem Fernrate. Und immer wenn ich eine Einladung zum Fernrate kriege und gehe da drauf, steht da, oha, du hast keine Fernrate-Pässe mehr. Und dann kann ich kaufen für 195 Münzen oder für 525. Ich habe nur 100 Münzen. Ich kann nicht Fernraten. Es tut mir leid, es laden mich immer so ständig Leute ein zu allen möglichen Raids. Bringt nix. Free-to-play. Das heißt, ich stecke da wirklich kein Geld rein in den Account. Wenn mir jemand ein Ticket schenkt für ein Event, ist okay. Ich habe ja nichts investiert. Aber die 50 Münzen, die ich jeden Tag aus den Arenen versuche zu beziehen, muss ich reinstecken in Itemplatz. Ich habe jetzt meinen Itembeutel hier. Meine Itembox ist auf 550. Und in Pokeplatz. Der ist bei 400. Wenn der nächste C-Day kommt, brauchst du Pokeplatz, weil du willst ja ganz viel fangen und dann auch tauschen. Gerade weil Praktibalk der nächste C-Day ist. Aber Itemplatz brauche ich auch, weil ich muss mit vielen Bällen an den Start gehen. Wenn ich gerade mal 100 Bälle habe am Start des C-Days, da wirst du halt auch nicht weit kommen. Immer wenn ich 200 Münzen zusammen habe, kaufe ich mir also Itemplatz und eventuell Pokeplatz. Da ist keine Zeit für 200, also 195, einen Fanrate-Pass zu kaufen für irgendeinen sinnlosen Raid. Ich versuche jeden Tag meinen Daily-Pass zu machen. Fanrates gibt es bei mir gefühlt gar nicht mehr. Außer ich kriege mal einen Fanrate-Pass aus irgendeiner Forschung, geschenkt als Belohnung, dann habe ich einen. Aber den muss man dann klug und schlau einsetzen. Einen einzigen Fanrate-Pass hatte ich schon mal. Der war irgendwo mit drin. Den habe ich bekommen. Und den habe ich schon eingesetzt für Suikun. Weil ich da an dem Tag unterwegs war und wollte eine Forschung machen. Und dann habe ich gleich Ente, Raikou und Suikun alle drei an einem Tag in einem Video festgehalten und gezeigt. Alle drei Pokédex-Einträge mit einem Raid mir dann geholt. Und weil ich die zwei mit den freien Pässen gemacht habe, habe ich den Suikun über einen Fanrate gemacht. Einfach nur, dass das abgegolden ist. Ich werde aber jetzt auf jeden Fall keinen Suikun-Raid mehr machen. Für euch, weil ich ja Pogeplatz... Poge... Was ich für Shinies habe. Was man davon vielleicht entwickelt. Für den Pogedex-Eintrag. Was man behält. Was man vielleicht pusht. Was man wegschmeißt. Ich habe selbst keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Ich weiß nur, ich habe keinen Platz. Und ich muss einfach vieles verschicken. Jetzt habe ich versucht, von jedem immer gefühlt wenigstens eins aufzuheben. Um zu gucken, ob ich das noch durchentwickeln muss. Für den Pogedex-Eintrag. Und das wird jetzt sehr kritisch. Denn ich muss bei jedem einzelnen Ding wieder abschätzen. Was machst du damit? So. Wir haben hier zum Beispiel... Fängt es nämlich schon an. Krypto-Pokemon. Ich habe keine Ordnung, keine Sortierung da drin. Ich bin überfragt. Ich habe sonst Krypto-Familien gesammelt. Ich habe sonst Hunderter-Familien gesammelt. Alles für den Living-Decks, Shinies gesammelt. Vielleicht sollten wir von unten anfangen. Fangen wir mal von unten an. Ich habe noch ein paar Frospino am Start. Wir haben hier das höchste Frospino. Also, das hat 1003 WP, ist aber eigentlich schlecht. Wir haben hier eins. Das ist das Beste, was ich habe. Das könnten wir einfach mal entwickeln. Wir entwickeln mal dieses Frospino einfach für den Pogedex-Eintrag. Durch das Entwickeln gehen gleich bei ein paar Spezialfolgen... Ach, bei ein paar Spezialforschungen auch die Aufgaben weiter. Die anderen Frospino, habe ich gedacht, hebe ich alle natürlich auf. Mal für einen Tausch oder so. Mittlerweile weiß ich nicht, ob sich das lohnt, für einen Tausch die aufzuheben oder ob man die einfach trotzdem wegschickt. Verschickt. Weil mein Beutel, mein Beutel, mein Pogeplatz, alles... Das entwickeln wir jetzt auch. Weil da fehlt mir auf jeden Fall der Pogedex. Bei einigen habe ich wahrscheinlich schon die Endstufe gefangen. Habe die erste aufgehoben. Und... Ja... Ich muss halt wirklich... Ich will nicht so viel Pogeplatz eigentlich mehr kaufen. Ich will eher Platz für Bälle haben. Espinodon. Neuer Pogedex-Eintrag. Für euch. Jetzt live. Hier. Im Video. Den würde ich jetzt aufheben. Den kenne ich nämlich nicht. Das ist ein Drache-Eis-Pokémon. Und der ist gefühlt ja selten neu drin. Ich finde, der sieht gut aus. Den behalten wir auf jeden Fall. Hamadurig entwickelt. Dann habe ich hier mein kleines Parmo. Das ist nicht das Höchste, aber das hatte ich aufgehoben. Weil das ist ein 98er. Das fand ich cool. Das werden wir jetzt einmal entwickeln. Damit wir da den Eintrag haben. Obwohl ich sage, Parmo finde ich eigentlich so süß. Ich glaube, ich muss mir irgendwie ein Parmo als Parmo aufheben. Weil Parmamo oder was da jetzt rauskommt. Ich muss selber lesen. Parmamo genau. Ist nicht mehr so süß. Weil das steht ja jetzt auf einmal. Ich fand das auf allen Vieren irgendwie lustiger. Das müsste man jetzt als Buddy nehmen. Und müsste, glaube ich, 25 Kilometer laufen oder so. Damit man das entwickeln kann. Will ich den jetzt wechseln? Wir wollen den ja eh irgendwann mal. Wir lassen den jetzt erstmal weg. Wir haben uns den Eintrag auch geholt. Hier ist ein Mikrik. Den bewerten wir auch mal. Das ist ein 96er. Entwickeln wir. So. Macht man was mit Mikrik? Das ist jetzt die erste Frage. Ich glaube, dieses Mikrik entwickle ich nur für den Pokédex und verschicke es dann, weil ich das Pokémon absolut hässlich finde. Und ich Platz brauche in meinem Beutel. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Lextremo in irgendeiner Liga oder so. Ich hebe nicht mehr alles auf. Ich hebe nur noch coole Sachen auf. Das heißt, dieses Lextremo kann ich eigentlich, ja, verschicken. So, ist es fort. Ferculi. Ferculi ist auch so ein Ding. Das sind Hunderter. Alle drei. Das ist hier männlich. Das ist hier weiblich. Das ist auch männlich. Wir können ja das mal durchentwickeln. Erstmal für den Pokédex-Eintrag. Es ist so schwer, bei jedem einzelnen Pokémon wieder zu entscheiden. Was du machst. Was du machst. Was du machen musst. Das männliche, das weibliche, die sehen anders aus. Ja. Frag Runz. Aber die Shiny sind ja auch noch da. Hätte ich mir in den Pokédex-Eintrag über das Shiny holen sollen. Jetzt habe ich hier ein männliches entwickelt. Jetzt müssen wir noch ein weibliches entwickeln. Obwohl, müssen wir eigentlich auch nicht. Weil der Genderdex ist ja mittlerweile auch egal. Du musst dir gar keinen Stress mehr machen. Von wegen, alle Shiny-Familien voll zu sammeln. Nee. Theoretisch könnte ich alle Shinies auch einfach verschicken, die ich hässlich finde. Und nur Shinies aufheben, die ich wirklich cool finde. Viele sehen total hässlich aus und total komisch. Normalerweise hätte ich das jetzt sogar maxen können. Ich hätte genügend Bonbons. Man hätte sagen können, ach ich max das mal auf 2800 noch was. Aber da gebe ich eine halbe Million Staub aus. Für was? Man macht damit doch sicherlich nichts. Das lasse ich jetzt erstmal trotzdem so wie es ist. Und wir gehen jetzt hier mal zu Felori. Das ist ein hundertprozentiges Felori. Das wird jetzt erstmal durchentwickelt. Obwohl, das kriegt ja wieder ein C-Day irgendwann. Vielleicht solltest du es auch nicht durchentwickeln. Hättest du dir lieber für den Pokedex ein anderes genommen zum Entwickeln? Und hättest du das eben aufgehoben? Feliospa. Wieso habe ich jetzt unten angefangen? Hätte ich lieber oben angefangen? Da ist es leichter. Nee, oben sind Kryptos. Das ist doch nicht leichter. Was mache ich damit? So, damit ihr mir seht, dass es ein Hunderter ist, zeigt mal das nochmal. Das sind 100 Prozent Feliospa. Soll ich es jetzt entwickeln? Soll ich es nicht entwickeln? Ich entwickle es erstmal. Was mache ich, wenn es entwickelt ist? Hochziehen. Kann das was? Ich weiß es nicht. Ach komm, wir entwickeln das jetzt einfach. Wir entwickeln das jetzt einfach. Hey, das hat hier seinen Ball abgenommen und hat wie mit so einem Jojo damit gespielt. Aber eigentlich wollte ich ja meinen Beutel aufräumen und Pokémon verschicken. Man würde doch jetzt hier nicht ein Hunderter verschicken, nachdem man den Pokedex-Eintrag hat, oder? Vielleicht ist das ja ein guter Pflanzenangreifer. 466, Blatt, Werk, Energie, Ball. Auf was kommt der denn? Auf 3193? Um eine halbe Max Out Monday-Folge noch hier draus zu machen. Und weil es ein Hunderter ist und weil der ja eigentlich cool ist, entwickeln wir den jetzt trotzdem mal und pushen den auch. Das gleiche machen wir mal mit Quacks. Auch wenn es trotzdem falsch ist, weil die ja irgendwann einen CD bekommen und dann hast du keinen Hunderter und dann musst du die Attacken wieder ändern oder du scheißt auf die Attacken. Also es ist echt kompliziert. Einfach egal wie gut oder schlecht es ist, einfach entwickeln und wegschicken. Das ist glaube ich das Beste, was du machen kannst. Ich kann die halt auch schlecht einschätzen, aber Fouetente auch mal kurz durchentwickeln. Machen wir mal. Ich will eigentlich das Video auch nicht ganz so lang machen. Vielleicht muss ich es auch in mehreren Teilen aufteilen. Ich kann ja nicht ein Video machen, was eine Stunde geht. Das guckt doch wieder keiner. Bei Londa. Das ist ein Thoma, sein Pokémon. Das tanzt hier auch. Vielleicht sollte man regionsübergreifend was machen. Der kommt auf 3411. Das ist auf jeden Fall gut. Ich meine, ich brauche eigentlich starke Pokémon, die ein bisschen was können. Aqua Knarre Aero Ass. Hm. Klingt schon mal wieder doof. Ich gebe dir nochmal eine neue Attacke. Ich möchte nämlich auch keine Lade-TMs. Aqua Durig Stoß. Ich glaube, da kann ich aber... Ah, ich habe 16. Okay, ich mache mal Aero Ass weg. Habe jetzt noch Narkampf. Dann lasse ich das bei dem mal so drauf. Ich habe noch eine Aufgabe, die heißt, entwickle ein Krokel. Die ist jetzt fertig, wenn ich Krokel entwickle. Krokel habe ich leider kein Hunderter. Krokel muss ich aber sagen, das Pokémon an sich finde ich so cool. Obwohl es ja auch wieder doof ist. Ich habe jetzt keinen Krokel mehr, wenn ich es entwickle. Ich kriege zwar jetzt die Pokédex-Einträge von Lucroco und so. Aber ich habe jetzt kein Krokel mehr. Krokel ist doch süß. Das will man sich doch aufheben. Krokel ist... Pass auf, ich kann es auch bewähren. Ein. Boah. Das ist richtig schlecht. Aber das habe ich behalten, weil das das Größte vom Level her war, was ich gekriegt habe. Die zwei Sachen gibt es eigentlich bei mir. Entweder entwickelst du einen Hunderter und ziehst es dann hoch. Oder du entwickelst das sowieso schon WP-Höchste vom Level her. Und kannst dann damit so vielleicht was machen oder kämpfen oder irgendwas. Skelocroc. Pokédex-Eintrag würde ich vielleicht sogar hochziehen. Power-up. Wir haben ja Bonbons. Wir gehen mal auf 3301. Haben ein Äschern und Knirscher. Der braucht auch eine neue Attacke. Irgendwann schmeiße ich den weg. Ich weiß es doch schon. Spukball hat er jetzt. Wollen wir nicht noch statt... statt Knirscher irgendeine Feuerattacke nehmen. Säuselstimme hat er auch. Hä, stand da nicht, dass du Knirscher wegmachst? Und es hat ihm wieder Knirscher gegeben. Jetzt Flammenwurf. Ein Äschern, Flammenwurf, Dingsbums, passt, fertig. So, Katagami haben wir hier. Reißlaus. Reißlaus, ja, da fehlen mir die Bonbons. Miniras. Fehlen mir die Bonbons. Fruberl. Da können wir aber jetzt entwickeln. Und Fruberl ist, glaube ich, was, was ich absolut gar nicht brauche. Es ist auf jeden Fall kein Hunderter. Es ist irgendein stranges Pokémon. Das heißt, ich entwickle das durch und schmeiße es dann weg. Wenn jetzt nicht irgendwie noch eine Aufgabe ist, mit dann weiterentwickeln. So, Pokédex-Eintrag ist da. Und wir können es nochmal entwickeln. Obwohl, es sieht ja wieder schön aus. Die Endentwicklung ist ja so schön, aber es geht nicht. Man kann nicht alles aufheben. Dass wenn du in den Pokédex reinguckst, dann siehst du ja, wie schön es mal ausgesehen hat. Aber theoretisch können wir es verschicken. So, da steht es. Da guckt es. Fruyal. Vielleicht soll ich jetzt auch... Also mich nur um die normalen... Das ist die normale Edition, sagen wir jetzt. So, jetzt bewerten wir es mal kurz. Das ist schlecht. Egal. Komm, ich schmeiße es weg. Brauche ich nicht. Mabula. Hey. Mabula kann ich einmal entwickeln. Aber dann fehlen die Bonbons und ich habe auch kein Magnetmodul. Es war ja letztens der Mabula Sea Day. Den konnte ich aber mit dem Habanero-Account nicht spielen. Jetzt hätte ich die Bonbons gebraucht. Und das Magnetmodul. Aus der Forschung. Die Shinies, das ist jetzt wieder viel zu kompliziert. Die Kryptos ist bestimmt auch viel zu kompliziert. Wir versuchen jetzt einfach nur uns Pokédex-Einträge zu holen von den normalen Pokémon. Und von den normalen Pokémon einfach auch was zu verschicken. Hier fehlen die Bonbons. Ist aber eine Tauschentwicklung. Hier fehlen... Ja. Bonbons. Das lasse ich mal. Das mache ich dann erst, wenn ich es ganz durchentwickeln kann. Hier. Amarino kannst du nur nachts entwickeln. Mach mal mal Balgoras. Balgoras kann ich entwickeln. Balgoras ist jetzt aber wieder mit Monagoras ein eigentlich recht guter Gesteinsangreifer. Das heißt, den kann ich zwar entwickeln für den Dex-Eintrag, aber den würde ich jetzt nicht unbedingt wegschmeißen. Vielleicht kann ich den auf 40 ziehen. Ich muss gucken, wie viele Bonbons ich habe. 121. So, wie weit kommst du da? Na, 248 bräuchtest du. Ne, den lasse ich erst nochmal weg. Flauschling. Na, den muss man wieder als Buddy nehmen. Pam, pam. Muss man als Buddy nehmen. Leufeo. Leufeo ist Schmutz. Leufeo entwickelst du einmal. Da ist mir auch männlich-weiblich egal. Leufeo wird jetzt entwickelt und weggeschmissen. Ich habe noch nie gehört, dass man mit Leufeo irgendwas macht. Also Leufeo. Komfort. In der Komfortzone. Und so, ne, das ist wieder ein Platz mehr in der Box, den ich haben kann. Vielleicht fällt es mir dann leichter, wenn ich sehe nach dem ganzen Verschicken, dass ich das und das und das nicht brauche. Purmüll. Machen wir mal durch. Purmüll auch entwickeln. Egal, wo das jetzt herkommt. Aus welcher Region. Vielleicht bin ich mir dann sicher, dass ich eher den Beutel da weiter für die Items, dass ich mehr Bälle habe. Wenn ich genügend Platz in der Pokebox habe, dadurch, dass ich jetzt gefühlt fast alles verschicken kann und nicht wirklich viel aufhebe. So, das Vivillon kann meiner Meinung nach auch nichts. Würde ich dieses Vivillon natürlich auch verschicken. Entwickel es jetzt und verschick es direkt. Das müsste, glaube ich, ein 98er sogar sein. Ich mache ja jeden Abend, pinne ich meine Sachen an und ab, wenn ich dann Geschenke mache und gucke. Ich habe auf dem Hauptaccount damals schon, glaube ich, drei oder vier Hunderter gehabt. Was ich richtig toll fand. Hier ist das Beste jetzt ein 98er, aber damit macht man halt nichts. Also, schmeiß es weg. Datiri, das ist nichts, das ist nichts. Können wir das entwickeln? Ne, da fehlen die Bonbons. Flunschli geht nicht entwickeln. Petsnief geht auch nicht entwickeln. Capuno würde ich erst, wenn ich es ganz durchentwickeln kann. Capuno ist was Nützliches. Das müssen wir erst mal aufheben. Pygraulon. Pygraulon. Entwickel mal erst mal. Ist Pygraulon nicht sogar ein Hunderter? Muss ich mir gleich angucken. Dann ist es aber trotzdem ein Pokémon. Was? Was mache ich mit den Hundertern? Soll man sich trotzdem Hunderter aufheben? Soll man Hunderter wegwerfen? Ich weiß es nicht. Ich habe mit dem Pokémon noch nie was gemacht. Zusätzlich finde ich es auch komplett hässlich. Das ist ein Hunderter aus Ahorne, Bayern. Hebe es halt erst nochmal auf. Einmal. Zappler Bums können wir hier aber entwickeln. Und das ist kein Hunderter. Das kann weg. Ich hätte vorher nochmal vier Sternchen eingeben sollen. Und dann jeden den Hunderter Tag dran. Dass man das direkt besser erkennt. Zappler Kack. Da muss ich mal gucken, wie es heißt. Das kann nichts, oder? Das müsste man eigentlich im... Das hätte man im Livestream machen müssen. Das wäre im Livestream auf jeden Fall viel sinnvoller gewesen. Da kann man auch Fragen beantworten. Das schmeißen wir auch weg. Tarnpignon. Habe ich noch keine Entwicklung. Entwickel mal kurz. Werfen es weg. Wir haben zwei Kryptos. Könnte man bestimmt eins zu einem Hunderter erlösen. Und dann hochziehen. Huzaza brauche ich eigentlich auch nicht. Also könnte ich eigentlich auch wegwerfen. Das schmeiße ich jetzt auf jeden Fall mal weg. Also ich habe nur noch einen Tarnpignon übrig. Monozyto. Na da fehlt mir was für den Rest. Lithomyf. Lithomyf entwickle ich. Schmeiße ich auch weg, weil mache ich auch nichts damit. Weiß ich jetzt schon. Bam, bam, bam. So. Cast Elif. Sehr schön. Ist Pokédex. Passt. Können wir so machen. Oli-Moi. Da reichen die Bonbons nicht aus, um es komplett durig zu wickeln. Ich benötige Lilminip Bonbons. Was ist mit Flecknoil? Den musst du auch wieder als Buddy nehmen. Grillmark? Grillmark kann ich entwickeln. Und wahrscheinlich direkt verschicken wieder. Da ist wieder ein Platz, der frei geschaffen wird. Merkt ihr, wie kompliziert das ist? Wenn du nicht Free-to-Play spielst. Und sowieso dir jede Beutelerweiterung holst. Und jede Item-Erweiterung. Dann kannst du auch gefühlt alles aufheben. Dann hast du dein Living-Decks. Und diesen Living-Decks. Gut ist das eigentlich. Schlecht? Gut. Diesen Living-Decks. Hm, hm, hm. Aber. Hm, nee. Deswegen, du sitzt jetzt hier und musst wirklich auf alles verzichten. Weil du keinen Platz hast. Es nötigt dich dazu. Aber eigentlich würden die, die keine Hunderter sind, sowieso irgendwann aussortiert werden. Weil man, wenn man genügend Platz hätte, man ja wahrscheinlich eh nur Hunderter dann aufhebt. Hier bei Terry Bark, Bisbar kann ich auch einmal durchentwickeln. Mache ich, glaube ich, auch nichts. Schmeiße ich auch weg. Komm. Egal wie gut, wie schlecht. Das ist, das kommt weg. Ey, woher weiß ich denn dann eigentlich, wenn ich jetzt nochmal Yorclef fange, ob ich es durchentwickelt habe oder nicht. Weil ich dann jedes Mal bei jedem Einzelnen mir den Eintrag angucken muss, ob ich den schon mal hatte oder nicht hatte. Aber das ist ja noch komplizierter. Du fängst dann was und denkst, gut, habe ich gefangen, brauche ich nicht mehr. Und dabei hast du es gar nicht durchentwickelt und hast nur das Erste und das Zweite gehabt und das Dritte nicht. Das siehst du aber nur, wenn du das Erste zum Zweiten entwickelst, ob vom Zweiten zum Dritten dann ein Schatten dran ist. Oder du musst bei jedem einzelnen Pokémon, statt einfach zu verschicken, erstmal in den Pokédex gucken und musst dir den Pokédex durchwühlen und machen. Und ich habe absolut keinen, 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 keinen Überblick. Na, wie taub auch. Faser, Noob, Noob, wie auch immer. Ist auch, hast du auch gesammelt, männlich, weiblich, weil das unterschiedlich ausgesehen hat. Lucky, 100, alles voll, bam. Jetzt, guck dir an, wie hässlich der ist. Kannst du wegschicken. Eintrag, fertig und weg. Jetzt ist jetzt immer eine Maske auf, Junge. Es ist bald Halloween. Also ich, nicht, da. Klee Bungel. Das ist ein Hunderter. Klee Bungel, Pandemies, Gungabu. Ist sogar schon, also da haben wir schon den Nachfolger, das heißt, das kann ich einfach direkt verschicken. Kling, Kling, ist ein Baby. Baby, 96er. Habe ich den Pokédex-Eintrag noch nicht mal. Das ist eigentlich jetzt sinnlos. Ich glaube, im nächsten Event, was kommt, ist auch schon gesagt, dass, ähm, bei diesem Meisterdetektiv-Pikachu-Event gibt's, glaube ich, Kling-Plim sowieso in der Wildnis. Hätte man ja fangen können für den Pokédex-Eintrag. Was macht der Ramses? Der entwickelt jetzt das Baby zu ihm und schmeißt's dann weg. Aber das kostet mich ja nur Bonbons, weil das braucht man auch nicht. Also kommt das auch fort. Das zu Pandimos haben wir auch. Wer braucht das? Niemand kann weg. Driftlon. Ist das jetzt gut? Ist das schlecht? Oh, weil ich wollte keine Kryptos machen, habe ich gesagt. Ich darf das Krypto nicht anrühren. Was haben wir hier? Wir entwickeln das Kikugi einfach mal und schmeißen's dann weg. Egal, was es wird. Einfach Kikugi wegwerfen und gucken, was passiert. Aber ich ärgere mich gerade. Ich hätte das wirklich als Livestream machen sollen abends und dann mit den Leuten zusammen entscheiden, ist das gut, kann das weg, ist das gut, kann das weg. Wie auch immer. Genoso ist es geworden. Auch ein 96er. Ich schmeiß es fort. Biditza, Biditza. Ich habe keine Bonbons, ich kann es nicht durchentwickeln. Staralili. Nein, Staralili ist, glaube ich, ein gutes. Barschwa, Anurid, Dings, Pupanz, Lebomendas. Aber das ist auch schon, habe ich den Eintrag schon, ansonsten brauche ich das nicht. Kann also auch fort. Schlupuk. Ist auch der Lett, warte mal. Ich kann auch einfach so gucken. Schluck weg. Pass. Wenn ich das also schon habe und das keine weitere Form hat, kann ich das auch verschicken. Wieso bin ich jetzt bis oben? Was soll das? Rettan, Radikal, habe ich. Arbok, habe ich nicht, aber habe auch keine Bonbons. Pikachu, habe ich. Kann auch weg. So. Nidoran. Da habe ich bestimmt kein Nidoqueen und kein Nidoking. Das heißt, ich entwickle einmal. Siehst du, schon weiß ich es halt nicht, was dann da kommt. Jetzt habe ich Pokedex geguckt. Jetzt habe ich schon drauf gedrückt. Ich gucke mal, ob Schatten da ist. Und? Es ist Schatten da. Es ist Schatten da. Habe ich doch schon. Ist schlecht. Muss ich verschicken. Ich muss nochmal hier reinkurzen. Ich muss nochmal vier Ständchen eingeben. So. Und nochmal jetzt überall. Tag. 100%. Weil an irgendeinem war kein Tag dran. Wie sieht es hier aus? Wenn ich hier drauf gehe, habe ich, habe ich, habe ich aber auch. Ist das gut? Das ist wieder so ein Pokémon, das nehmen einige für PvP, glaube ich. Ihr wisst, es ist PvP und ich. PBPixi. Hm. Stimmt wieder ein Pokémon für PvP. Aber ich bin ja jetzt nicht so der PvP. Da kann ich die eigentlich auch beide wegschicken, weil die brauche ich nicht. Zubat. Golbat. Xbat scheint man auch schon zu haben. Merkt ihr, wie ich einfach komplett überfordert bin? Seitdem. Seitdem man diesen Habanero-Account hat, macht man sich das Leben so schwer. Blutzuck. Oh, Blutzuck-Ombot. Oh, da kann ich noch einen Pokedex-Eintrag holen. Ich hätte ja eigentlich nur eingeben müssen, kann sich entwickeln. Damit es mir sowieso nur die anzeigt, wo genügend Bonbons da sind, um die zu entwickeln. Also, selbst das machst du dir viel schwerer, als es sein muss. Weil du hättest ja einfach direkt schon gucken können, dass du nur die siehst, die entwickelbar sind. Dann hat es auch nicht die, ähm, die Legendären da. Also, Ombot braucht auch kein Mensch. Gibt es denn nicht hier eine Suchanfrage, wenn wir hier drauf gehen? Mehr anzeigen. Kann sich entwickeln. Genau. So. Und jetzt gehen wir nochmal runter. Und jetzt schauen wir hier. Das haben wir einmal durchentwickelt. Da waren die Schweine. Imantis. Na, das ist die Shiny-Edition. Das ist so, das ist so. Was machen wir denn mit WhatsApp? Das ist aber Krypto. Das dürfen wir nicht. Sesokids können wir einmal machen. Okay. Haben wir doch eins gefunden. Lasst mal die Kryptos weg. Die Kryptos müssen wir extra machen. Weil da müssen wir, wenn wir mal entwickeln, entscheiden, ob wir es erlösen oder ob wir es einfach wegschmeißen. Ist es wichtig, davon einen Hunderter zu haben oder nicht? Was bringt es mir dann, von jedem einen Hunderter wieder zu haben, wenn ich es nicht hochziehen kann und es sowieso Müll ist? Seht ihr, wie kompliziert das ist? Also tun wir das auch weg. Rotomurf. Wie gut bist du? Drei Sterne, Dings. Rotomurf ist ein guter. Ja, aber gut, den wickele ich jetzt und den behalte ich ja dann. Eigentlich hätte ich den entwickeln müssen. Wegschmeißen, verplatzt. Aber den würde ich ja jetzt erstmal behalten, weil das ist auch ein guter Bodenangreifer. Beziehungsweise nutzen die Leute den auch in der PvP. Eieiei. Was ist das für ein Video? Was ist das für ein Konzept? Man weiß es nicht genau. Was? Warblue? Warblue kann ich entwickeln? Dann machen wir das mal. Wir entwickeln mal das Warblue. Das ist wieder was. Das müsstest du eigentlich aufheben. Das kann ja auch eine Megaentwicklung dann durchführen. Altaria habe ich mal genutzt in der Superliga damals, glaube ich, am Anfang, weil ich dachte, das ist cool, aber ich kam dann absolut nicht damit klar. Was haben wir denn noch? Mediti, aber da ist auch der Pokédex-Eintrag schon da. Flurmel. Oh, da habe ich einen gefunden. Flurmel durchentwickeln, wegschmeißen, kann nichts, ist Schrott, brauchst du nicht. Halt den Beutel gering. Geringes Beutel muss da sein. Ich glaube, ich habe gleich eine halbe Stunde aufgenommen. Vielleicht sollte ich bei einer halben Stunde dann Feierabend machen und irgendwann nochmal Beutel aufräumen. Später zu irgendwas. Oh, jetzt habe ich keine Bonbons, um es weiterzuentwickeln. Das ist aber jetzt ärgerlich. Knills. Bummelz. Haben wir schon Letterking? Das ist wieder ein Hunderter. Waumpel. Pass auf, Waumpel. Waumpel ist wichtig, weil Waumpel wird ja sowieso random. Da musst du einiges machen. Das kannst du auch alles durchentwickeln und wegschmeißen. Wir halten uns jetzt bei den Waumpels auf. Ich glaube, Waumpel wird dann das Letzte, was wir gerade machen. So, Panikon. Nee, Schaloko. Schaloko. Kein Panikon. Pokedex. Pokedex ist da. Nochmal weiter. Nee, brauche ich nicht. Ist schon. Ist schon entwickelt. Okay, dann schmeißen wir das weg und hoffen jetzt, dass hier ein Panikon rauskommt. Einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. So. Schaloko. Nee. Nochmal. Haben wir noch ein bisschen. Ach, ist das schön. Ach, macht das Spaß. Oder? Macht es euch Spaß? Mir nett. Man hebt trotzdem schon wieder zu viel auf. Man hebt so viel auf, weil man sich nicht entscheiden kann. Da ist das Panikon. Pokedex. Da müsste aber, ja, das sieht man dahinter, ist ein Schatten. Genau. Schatten wird entwickelt, wird gemacht. Und dann wird es weg geschmissen. Ich habe Probleme beim Loslassen. Persönlich, im Privatleben überhaupt. Loslassen fällt mir immer schwer. Das ist jetzt gutes Training loszulassen. Vielleicht wird es trotzdem in einem Stream halt noch mehr Spaß machen, wenn man dann sagt, was macht man damit und ihr entscheidet immer. Oder ihr beratet einen da. Ihr könnt, ihr könnt ja mal abstimmen. Ich lasse das jetzt erstmal. Wir haben eine halbe Stunde aufgenommen. Wir haben ein bisschen Platz geschaffen. Ein paar Pokedex-Einträge geholt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ja, wie ihr das findet. Ob ich trotzdem nochmal eine Folge machen soll, wo ich wieder eine halbe Stunde ein bisschen aufräume und sortiere. Ein bisschen was zeige auch. Oder ob ihr sagt, nee, macht da mal einen Stream. Das ist ja theoretisch Donnerstag, Freitag, was weiß ich. Es ist immer mal irgendwann irgendwie Zeit, sowas mal zu machen. Das kann man auch mal an einem Wochenende, an einem Samstag oder Sonntag machen. Man könnte das auch machen, wenn Hannes da ist. Also, aber ich brauche halt Platz. Ich brauche Platz. Ich brauche Platz. Reicht das als Video? Wollen wir das mal gemeinsam machen im Stream? Bisschen einen Beutel aufräumen und direkt einen Blick in den Account haben? Schreibt es mir in die Kommentare. Das war es erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Jetzt muss ich hier aber noch wegfangen. So, ihr könnt schon abschalten. Hier gibt es nichts zu sehen. Parmo ist wichtig. Parmo finde ich so genial. Da habe ich doch jetzt wieder Parmo. Siehst du schon, kann ich es wieder aufheben. Schon ist nichts. Anton zum Beispiel hätte ich gerne einen Shiny, weil ich da die Shiny-Farbe so schön finde. Das würde ich aufheben. So. Bi-ba-ba-ba-da-putze. Und ein Mann. Macht ihr das auch so, ja? Immer so einen Schnellfang-Trick, dass ihr immer so curved und werft und curved und werft. Ich weiß, einige Leute kennen das immer noch nicht. Die warten immer, bis die ganzen Animationen durch sind. Das dauert halt ewig. Gerade an einem Sea-Day oder so. Musst du rumrennen. Und musst halt einfach draufzimmern. Das ist das Beste, was du machen kannst. Was ist denn jetzt hier noch alles da? Es geht gar nicht weg. So ein Gelumpe da. Woppa. So, ist das fort? Ne, das ist auch noch da. Jetzt kommt schon wieder so ein Fleck-Noil dazu. Ich hasse diese. Ich hoffe, ich habe da schon die Entwicklung, dass ich die Fleck-Noils alle verschicken kann immer. Da könnte ich ja wirklich mal im Pokedex nachgucken. Und nicht so faul sein und lieber entwickeln, statt zu schauen. Weil dann siehst du es ja. Dann siehst du es ja. Aber das alles zu seiner Zeit. So, alles ist weg. Das war's. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Gebt Feedback. Danke. Peace out und noch mehr. Und überhaupt.